Eine neue Ausgabe SWR ins Leute. Ich begrüße ganz herzlich Hamid Abdel Samad. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Sie sind Politikwissenschaftler, bekannt geworden als Islamkritiker. In Dreisat wurden Sie, glaube ich mal, als einer der profiliertesten intellektuellen Deutschlands genannt. Und jetzt haben Sie eines Ihrer vielen Bücher geschrieben, also eine Neuveröffentlichung, nämlich Schlacht der Identitäten. Sie haben über Rassismus geschrieben. Wenn wir über dieses Thema sprechen, trifft das alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen? Ja, Rassismus gibt es, seitdem es Menschen auf diesem Planeten gibt. Und es gibt in allen Kulturen. Und es gibt dementsprechend auch in allen Gesellschaftsschichten natürlich. Ist also in uns allen drin. Da gibt es einen ganz spannenden Test. Den kennen Sie vielleicht auch von der Harvard-Universität. Den kann man im Internet finden. Und da stellen wir dann am Ende fest, ja, es ist in uns allen drin. Die Frage lässt nur, wie gehen wir alle damit um? Wo haben Sie denn zuletzt an sich selber festgestellt, oh, da habe ich Vorurteile? Ja, eigentlich ständig. Weil die Vorurteile und die Stereotype sind wichtig für Orientierung manchmal. Weil unser Gehirn funktioniert über diese Stereotypen. Aber wichtig ist, dass man erkennt, wenn man aus diesen Stereotypen auch Abneigungen und Hass sich entwickelt. Das kommt von Kollektividentitäten und das bringt uns zurück zum Ursprung des Rassismus. Der Höhlenmensch lebte ständig in Angst. Der andere trat nicht als Freund und Helfer in Erscheinung damals, sondern alles Bedrohung und alles Konkurrent um Nahrung und um Ressourcen. So gesehen stammt Rassismus eigentlich aus einem Gefühl der Angst und nicht aus einem Überlegenheitsgefühl. Und deshalb ist es sowas wie Sexualtrieb. Das begleitet uns, unser Überleben. Aber wenn wir viel davon haben, dann ist das destruktiv, nicht nur für die andere Seite, sondern für uns selbst. Sie haben die Erfahrung selbst im Leben gemacht. Sie sind in Kairo geboren, sind dann mit 23 Jahren, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Wie war das denn in Ägypten damals? Da haben Sie ja auch Rassismus erlebt. Ich habe Rassismus sogar als Kind erlebt, auch als Ägypter, weil ich damals so helle Haut hatte. Meine Familie hatte grüne Augen und es gab eine Legende. Kinder mit grünen Augen in Ägypten sind Nachfahren der Kreuzritter. Und wir wurden als Kreuzritterbastarde beschimpft, weil wir helle Haut oder grüne Augen hatten. Christliche Kinder, bei uns in der Schule wurden von muslimischen Kindern gehänselt, geschlagen. Sie mussten Tag für Tag zum Islam konvertieren, um mit uns Fußball zu spielen. Beduinische Kinder wurden diskriminiert. Nubische Kinder wurden diskriminiert. Und als ich im Flughafen in Kairo gearbeitet habe, da hatte ich eine rassistische Begegnung und ich war der Rassist. Da kam ein Mensch, wollte eine Reise buchen und nach einer netten Unterhaltung habe ich festgestellt, er ist Jude. Und da war so eine Mauer zwischen mir und ihm und ich habe meinen Beruf verlassen. Ich wollte mit ihm nichts zu tun haben. Und das hat mir schon gezeigt, warum eigentlich. Ich hatte noch nie einen Juden kennengelernt. Warum habe ich so viel Hass auf sie? Das ist vergiftetes Wissen und vergiftete Erinnerungskulturen. Hamid Abdal Samad in SW1 Leute. Um Ihren Weg als Islamkritiker zu verstehen, wollen wir auf Ihre Biografie schauen. Denn in Ägypten hatten Sie sich damals der radikalen Muslimbruderschaft angeschlossen. War das denn in Ihrer Familie erwartet worden, dass Sie das tun? Nein, im Gegenteil. Mein Vater war ein Imam und ein konservativer Imam. Staatstragend sozusagen. War auch Staatsbeamter. Und der Muslimbruder war so eine revolutionäre Bewegung. Sie vertraten den revolutionären Islam. Und das war für mich als junger Mann, der sich von der Familie befreien wollte, der sich von Mubarak-Regime befreien wollte, sehr attraktiv. Und ich dachte, die wollen Ägypten verändern. Und da habe ich mich ihnen angeschlossen. Und dann nach einer Weile habe ich festgestellt, eigentlich sind sie auch diktatorisch aufgestellt. Wir hatten mal so ein Sommercamp gehabt. Es war sehr heiß und wir liefen in der Wüste, wurden in Gruppen aufgeteilt und man gab uns eine Orange. Und nach stundenlang Marsch in der Wüste hat unser Emir, sozusagen unser Anführer, gesagt, jetzt auf die Knie sitzen, jetzt die Orange schälen. Und dann hat er gesagt, jetzt die Frucht in den Sand begraben und ich alle esse. Ich habe das getan, alle haben das getan, aber das tat so weh. Ich habe sofort begriffen, hier versucht jemand, meine Individualität aufzusaugen, zu brechen, meinen Willen zu brechen. Und das kann nicht gut gehen. Und ich bin ein geborener Individualist, deshalb habe ich ja meine Familie verlassen. Das haben Sie dann in solchen Situationen gemerkt. Diese Muslimbruderschaft wurde nach dem Umsturz 2013 in Ägypten verboten. Wir haben ja heute auch Nachrichten gehört, dass Innenminister Seehofer den salafistischen Verein Ansar international verboten hat. Mit denen haben Sie sich sicherlich auch befasst. Natürlich. Ich beschäftige mich auch mit diesen karitativen islamistischen Einrichtungen. Das ist immer eine Tarnung, dass Sie, Sie würden nicht kommen und sagen, wir werben für den Dschihad oder wir sammeln Geld für den Dschihad. Sie sagen, wir sammeln Geld für Kinder in Syrien oder in Palästina, was eine gute Sache ist. Aber meistens steckt dahinter ein internationales Netzwerk, ein islamistisches Netzwerk. Und leider waren wir zu lange tolerant gegenüber dieser Intoleranz. Wir haben zugelassen im Namen der Toleranz, dass diese intolerante Infrastruktur aufgebaut wird. Und wir haben ein richtiges Problem mit dem Islamismus und nicht nur mit diesen Vereinen. Bis Sie das selbst kritisch hinterfragt haben, hat es eine ganze Weile gedauert. Was passierte, als Sie dann mit 23 Jahren nach Deutschland kamen? Warum wollten Sie nach Deutschland? Ich wollte frei leben, ich wollte frei denken, ich wollte frei schreiben und auch wollte meinen Glauben frei ausleben. Und dann fing ich an, automatisch mich kritisch mit meiner Religion auseinanderzusetzen. Die Deutschen sind so sehr selbstkritisch und das ist ansteckend. Und da muss man alles analysieren. Da wurde ich immer gefragt zu heiklen Themen im Islam, über Gewalt, über Frauen. Und das regt an zur Selbstkritik. Dann habe ich den Islam aus einer wissenschaftlichen Sicht studiert und auch gelehrt an der Universität. Und mir wurde klar, es ist eine menschliche Religion. Da gibt es nichts von Gott. Das ist von Menschen gemacht, das ist keine Herabwürdigung. Das ist eigentlich eine Würdigung, das es von Menschen macht. Aber weil wir die Texte alles so heilig betrachten, dann können wir unser Leben nicht verändern. Denn wir sind Sklaven, alte Texte und als Individuum, als Mensch, als freier Mensch im 20. und 21. Jahrhundert. Da muss man sich von diesen Strukturen lösen, um wirklich frei zu denken. Wir wollten darüber reden, dass Sie 2013 bei der Muslimbruderschaft in Kairo einen Vortrag gehalten haben. Nach diesem Vortrag hat sich Ihr Leben komplett verändert. Was passierte? Ich habe einen Vortrag über mein neues Buch damals, der islamische Faschismus, gehalten in Kairo und habe den Muslimbruder vorgeworfen, so wie das Naziregime in Deutschland funktioniert zu haben. Diese Selbstverherrlichung, dieser Antisemitismus, dieser Personenkult, auch diese Neigung zu Verschwörungstheorien und so weiter. Ich habe die Parallelen zwischen Nazi-Deutschland und der Muslimbruderschaft aufgezeigt. Der Vortrag wurde per Video gestreamt und ging viral. Und daraufhin gab es dann drei Mordaufrufe im ägyptischen Fernsehen von renommierten islamischen Gelehrten. Und meine Freunde, meine Familie haben mich sofort vorgewarnt, ich muss das Land sofort verlassen. Ich kam nach Deutschland. Mir wurde dann Polizeischutz angeboten. Dann kam 2015 das andere Buch, Mohammed, eine Abrechnung über den Propheten. Und da kam die Bedrohung dann aus Deutschland. Es sind deutsche Dschihadisten, die in Syrien gekämpft haben. Die haben ihren Kollegen, deutsche Dschihadisten, auch in Deutschland beauftragt, mich umzubringen. Und die Sicherheitsbehörden haben das aufgefangen. Und seitdem wurde mein Schutz sogar intensiviert. Ich bin jetzt genauso geschützt eigentlich wie die Kanzlerin. Würden Sie diesen Vortrag heute nochmal genauso halten? Ich würde es immer wieder tun. Ich kam ja nach Deutschland, um frei zu denken und frei zu leben und nicht im Mittelalter zu leben. Ich lasse nicht zu, dass Fanatiker einen Schriftsteller daran hindern, seinen Vortrag zu halten. Es hat mir damals sehr wehgetan, als ich zum ersten Mal in Deutschland bei der Buchmesse eine schusssichere Weste tragen musste. Das war eigentlich eine Beleidigung meines Schriftstellerdaseins. In Deutschland, im 21. Jahrhundert. Warum? Wer hat uns das eingebrockt? Das ist auch die lasche Politik, die auch Vereine wie Ansar und wie die Salafisten und wie die Muslimbrüder geholfen haben, ihre Infrastruktur in Deutschland aufzubauen. Sie reden mit der Politik. Sie waren Teil der Islamkonferenz. Welche Reaktionen erleben Sie jetzt? Sie haben zuletzt über Ihre Liebe zu Deutschland geschrieben. Jetzt haben Sie über Rassismus geschrieben. Welche Reaktionen kommen von der Seite der Politik? Leider habe ich keinen Zugang zur Politik, wenn es um mein neues Buch über Rassismus geht. Die Politik empfängt gerne Opferdiskurse. Menschen, die schwarz sind, die muslimisch sind, die kommen und sagen, wir werden diskriminiert, weil wir Muslime sind oder schwarz sind. Aber diese Personen, sie wollen nur Fördergelder vom Staat bekommen. Sie wollen sich aber der Debatte nicht stellen. Ich bin bereit, auch mit denen über den Rassismus zu diskutieren. Aber auch über den innerislamischen Rassismus, über den antideutschen Rassismus, den gibt es auch. Denn Rassismus ist keine Einbahnstraße, wo nur weiße Menschen andere diskriminieren. Das gibt es auch. Aber es gibt auch Diskriminierung und Rassismus gegenüber Schwarzen. Innerhalb der Muslime selbst werden schwarze Muslime von nicht-schwarzen Muslimen auch diskriminiert. Reden wir gerne darüber. Die Politik will nicht darüber reden. Die Politik redet nur mit Opfern. Also wenn ich Sie richtig verstehe, hat die Politik kein Interesse, das Problem zu lösen? Ich glaube, es ist irgendwie so viel Zahnpasta aus der Tube herausgedrückt worden. In Sachen Migration und Sachen Rassismus. Die Politik ist bemüht, nur Schaden zu begrenzen, nicht Probleme grundlegend zu lösen. Um Probleme grundlegend zu lösen, brauchen wir einen ehrlichen Diskurs. Und die Politik ist nicht dafür bereit. Die Politik hat Angst vor einer ehrlichen Debatte über Migration, über Flüchtlingspolitik und über den Rassismus. Jetzt haben Sie eben der Politik pauschal vorgeworfen, die wollten nur mit Opfern sprechen. Wenn wir jetzt über Lösungen sprechen, haben Sie mal ein Beispiel, wie man das konstruktiv angehen kann? Also erstens, ich habe nicht pauschal gesagt, sondern nennen Sie mir einen einzigen Kritiker dieser Rassismusdebatte, dieser Flüchtlingsdebatte, der jetzt am Tisch mit der Politik sitzt. Es gibt keinen mehr. Es sitzen Islamisten. Es gibt Islamisten in Berlin, die die Regierung beraten, wie man mit Rassismus umgeht. Das ist eigentlich die Kadenz. Das ist eigentlich Aufgabe oder Selbstaufgabe. Lösungen. Wir müssen erstmal eine ehrliche Debatte über das Thema Rassismus haben und kein Tribunal. Was gerade stattfindet in den Medien bei den vermeintlichen Opfern ist ein Tribunal, wo die weißen Menschen pauschal als Rassisten verunglimpft werden. Der Rassismus in seiner Gesamtheit wird nicht analysiert, sondern nur der Rassismusvorwurf ist für sie als Machtinstrument, um mehr Fördergelder zu bekommen, um mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft zu bekommen. Deshalb brauchen wir eine ehrliche Debatte. Zweitens müssen wir uns von der Identitätspolitik lösen, denn Identitätspolitik spielt eine Identität gegen die andere aus und vertieft somit die Gräben zwischen den Kulturen. Und als Letztes brauchen wir über Empathie zu sprechen in Schulen. Da haben Sie jetzt viele Bereiche angesprochen. Wenn wir ganz konkret mal Beispiele rausnehmen, wo jetzt auch sehr vorsichtig erstmal nur drüber debattiert wurde, weil Angst da ist, Beifall von der falschen Seite zu bekommen. Es gibt ja keine Statistiken darüber, welche Herkunft Menschen im Krankenhaus haben. Als geäußert wurde, dass Menschen mit Kommunikationsbarrieren, so wurde es dann genannt, häufig auf der Intensivstation zu finden sind, beatmet werden müssen. Da wurde das erstmal als Tabuthema gehandelt. Sie waren, glaube ich, im März 2020 wegen des Verdachts einer Corona-Infektion selbst im Krankenhaus. Wie haben Sie das erlebt? Natürlich muss man Deutsch sprechen können, um seine Leiden irgendwie zu erklären. Das ist sehr wichtig. Und Menschen mit Migrationshintergrund, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, haben Schwierigkeiten, überhaupt über ihre Leiden zu sprechen. Das sind Menschen, die sehr oft auch in niedrigeren Jobs arbeiten, dicht an dicht. Sie gehören nicht zu dieser Laptop-Generation, die natürlich im Lockdown sich zurückziehen kann. Es geht ums Überleben für sie, da müssen sie arbeiten. Aber ich habe gesehen, auf dieser Intensivstation oder damals Corona-Isolationstation, die Krankenpfleger, es war alles irgendwie, alle da, deutsche Ärzte, italienische Ärzte, polnische, afghanische Pfleger, afrikanische Pfleger, alle freundlich. Und sie sind bemüht, alle irgendwie uns allen zu helfen. Und ich habe am gleichen Tag gelesen von einem Anti-Rassismus-Experten, die behauptet, jetzt werden Migranten nicht berücksichtigt, wenn es jetzt um Sauerstoff geht. Und das sind genau diese Leute, die ich im Buch kritisiere. Sie schlagen ein Kapital aus dieser Misere oder dieser Katastrophe, die wir haben. Und sie sind nicht interessiert an einer Lösung. Sie wollen nur Empörung schüren und keine Lösung. Ich erinnere mich an Bilder, die wir gesehen haben, wahrscheinlich vor gut einem Jahr aus New York, als viele Menschen unterwegs sein mussten in der U-Bahn, wo es hieß, das sind Pflegepersonal vor allen Dingen, die auch betroffen sind dann von Corona, weil sie eben wenig Möglichkeiten haben, ins eigene Auto zu steigen, weil sie für eine Infrastruktur sorgen. Also haben wir doch im Ausland Probleme kommen sehen. Haben wir darauf nicht rechtzeitig reagiert? Wir haben nie rechtzeitig reagiert. Wir hätten aus Amerika sehr viel lernen müssen, nicht nur in Bezug auf Umgang mit Corona, sondern auch in Bezug auf Rassismus. Wir hätten auch aus Amerika lernen müssen, dass diese Cancel Culture und Identitätspolitik und Political Correctness eher den Rassismus vertiefen und die Spaltung in der Gesellschaft vertiefen. Aber wir haben alles eins zu eins aus den Universitäten dort übernommen und den Diskurs hier auch mit Tabuen und mit Minenfeldern belegt. Und deshalb können wir nicht unbeschwert darüber sprechen. Sie sprachen von Applaus von der falschen Seite. Welcher falschen Seite? Wir haben nicht nur eine falsche Seite. Wir haben viele. Für Islamisten sind auch eine falsche Seite, aber die Politik sitzt mit ihnen. Rechtsradikale türkische Organisationen, die sitzen mit der Politik an einem Tisch, aber man will nicht mit den deutschen Rechten reden. Da misst man mit zwei Maßen und viele Menschen fühlen sich entfremdet in Deutschland. Vor allem Menschen, die nicht in Großstädten, die nicht intellektuell sind. Sie fühlen sich von der Politik hintergangen. Ein Thema, was wir auch... In Großbritannien ruhen gerade die Social-Media-Kanäle der Fußballclubs als Aktion gegen Rassismus und Diskriminierung. Hamid Abdel-Samad, da Sie sich ja intensiv mit dem Thema Rassismus befassen. Wie schauen Sie auf diese Aktion? Wir sollten nicht ruhen. Wir sollen mehr reden. Wir sollen mehr miteinander kommunizieren. Ehrlich, aber humanistisch. Leider funktioniert in den Social-Medien der Diskurs über Rassismus falsch. Entweder gibt es nur noch Beschwerden und Opferhaltung. Und manchmal beschwert man sich über Sachen, die mit Rassismus überhaupt nichts zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man mich fragt, woher kommst du eigentlich? Das zeigt jemand Interesse an mich. Da ist man neugierig. Das ist ein guter Anfang für einen Austausch. Rassisten tun sowas nicht. Aber wenn ich sofort sage, das ist Rassismus, dann schlage ich die Tür zu und da will ich kein... Und auf der anderen Seite gibt es leider von rechts Leugnen, dass wir kein Rassismusproblem haben. Nein, wir haben ein Rassismusproblem. Aber sehr oft... Ich bin der Meinung, wir haben heute in Deutschland weniger Rassismus als vor 30 Jahren oder 40 Jahren. Aber damals wurde nicht darüber geredet. Heute gibt es eine neue Generation von jungen Migranten, Kinder, die besser gebildet ist, die natürlich sich sowas nicht gefallen lässt und darüber redet. Aber manchmal identifizieren sie Rassismus da, wo es keinen Rassismus gibt. Und das ist auch ein Problem. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist gestiegen. Das gab es gestern noch, sowohl auf dem rechten Bereich als auch im linken Bereich. Wenn wir jetzt über die Sprache reden, also Social Media, haben Sie gesagt, abschalten bringt nichts. Vielleicht als Zeichen. Mehr diskutieren. Das ist gerade im Internet schwierig zu diskutieren, weil vieles komprimiert und verkürzt wird. Was könnte es also für gute Formen der Diskussion geben? Man muss erstmal die Diskussion aushalten können. Und auch abweichende Meinungen, irgendwie alles einfach nur unterschiedliche Meinungen einfach dastehen lassen. Aber man hat immer eine Haltung und man stempelt eine Meinung, die abweichend ist, sofort alles rechts oder alles Nazi oder alles linksextrem oder rechtsextrem. Und so können wir nicht weitermachen. Wir brauchen eine Diskursethik. Das bedeutet, ein Argument wird nach dem logischen Gehalt bewertet und nicht nach dem moralischen Gehalt. Und nicht danach wird dieses Argument gesagt. Immer wenn ich etwas sage, dann sagt mir jemand, aber die AfD sagt das auch. Ja, und? Das macht es nicht besser oder schlimmer. Wir sollten das Argument nach dem logischen Gehalt bewerten. Und das geschieht meistens nicht. Die Debatten werden emotional geführt, ideologisch aufgeladen. Und das bringt uns nicht weiter. Konstruktiv auf Inhalte schauen. Sie haben jetzt gerade dieses Beispiel genannt, was ja sehr häufig vorkommt, wenn Sie nach Ihrer Herkunft gefragt werden. Wie haben Sie es denn geschafft, das nicht als Rassismus zu bewerten, was ja sehr häufig passiert, sondern zu sagen, ja, da hat jemand ehrliches Interesse an mir, an meiner Person? Ich glaube, es beginnt alles mit Selbstvertrauen. Also wenn ich ein Selbstwertgefühl habe, das ich aus mir selbst herausbringe und nicht aus meiner Kultur oder aus meiner Herkunft, dann kann ich mit solchen Fragen souverän umgehen. Leider haben wir in Deutschland die Situation, dass viele Migrantenkinder mit der doppelt beschlagenen Brille des Misstrauens durch das Leben gehen. Das bedeutet, Sie machen manchmal Diskriminierungserfahrung. Sie hören von den ehemaligen Diskriminierungserfahrungen Ihrer Eltern. Sie fühlen sich Ihren Eltern gegenüber verpflichtet, weil sie geschuftet haben, weil sie hart gearbeitet haben. Und wenn irgendeine Kritik kommt, dann identifizieren Sie Rassismus sofort und nicht, dass man einfach nur kritisiert oder nur Interesse hat an sie. Und deshalb muss man sich von diesem Misstrauen lösen und sich selbst als Individuum in erster Linie verstehen. Dann klappt es besser mit der Kommunikation. Ich fand es ganz interessant zu lesen bei Ihnen, als Sie von Ihren ersten Erfahrungen hier in Deutschland schrieben. Da saßen Sie mit anderen Mitstudierenden zusammen und dann waren Sie in unterschiedlichen Kreisen. Also mal mit Leuten anderer Herkunft und die sagten dann, ich fühle mich als Deutscher und dann wurde angezweifelt, nee, wirklich. Das glaubst du selber nicht. Das glaubst du selber nicht, genau. Beschreiben Sie das mal, ich fand es interessant. Ja, natürlich. Man tauscht die Stühle, je nachdem, wo man profitiert. Also erstens sagt man, ich bin ein Ausländer, ich werde diskriminiert und so weiter. Und dann, wenn man wirklich sagt, und da gibt es welche, die sich als Deutsche gefühlt haben, weil sie hier geboren sind, halt türkeisch- oder arabisch-stimmig. Und dann haben sie gesagt, eigentlich fühle ich mich schon als Deutsche. Und dann kommt es von uns, die sich beschweren die ganze Zeit, dass man uns nicht als Deutsche sieht. Ach nee, das glaubst du selber nicht. Und das zeigt man schon, dass auch ich bin Deutscher manchmal eigentlich so ein Machtinstrument ist, so ein Kampfbegriff. Und nicht wirklich, dass man dazugehören will, sondern man will eine Machtposition. Und Rassismusbeschwerde ist sehr oft auch ein Machtinstrument der vermeintlich Schwächeren. Wie kann man Rassismus konstruktiv begegnen? In der Schule zum Beispiel. Hamid Abdel-Samad, Sie haben sich mit diesem Thema befasst und wir wollten über Ihr Experiment sprechen am Lehrstuhl für Geschichte an der Uni in München, haben Sie unterrichtet. Was haben Sie da mit Ihrer Klasse gemacht? Ich habe die Klasse in Gruppen aufgeteilt und ich habe darauf geachtet, dass muslimische Schüler auf einer Seite saßen und nicht muslimische Schüler auf einer Seite saßen. Ich habe muslimische Schüler damit beauftragt, die Kreuzzüge zu verteidigen, aus europäischer Sicht. Und die europäischen Studenten sozusagen beauftragt, die muslimische Seite, sich hineinzufühlen, was die Muslime sich dabei gefühlt haben und warum das für sie eine Katastrophe war. Und es kamen wunderbare Ergebnisse dabei heraus, wenn man sich in die Lage des Anderen versetzt, wenn man Perspektivwechsel betreibt. Und das heißt Empathie und das fehlt in unserer Schule. Dass man sich in die Lage des Anderen versetzt, dass man versteht, wie fühlt man sich, wenn man rassistisch angegriffen wird. Wie fühlt man sich, wenn man jetzt aus Palästina kommt. Aber wie fühlt man sich auch, wenn man aus Israel kommt und ständig mit Vorwürfen konfrontiert wird. Erst wenn man in diesen Dialog, in dieser symmetrischen Begegnung kommt, wo jetzt kein Opfer und keinen Täter gibt, sondern Menschen, die sich austauschen als Individuen, da kommen wir weiter. Das ist ganz wichtig in der Schule zu beginnen. Die große Frage, wie kann das jetzt gesellschaftlich gelingen, da eine Spaltung der Gesellschaft ja schon zu spüren ist. Wie kann man sich da begegnen? Aber genau das, auch aus dieser Perspektive, wenn wir über Corona reden, wenn wir über Flüchtlingspolitik reden, dann sollen wir auch die Kritiker holen und ihre Argumente hören und von Fachleuten, Experten, auch entweder, es ist ja nicht alles falsch, was sie sagen, also einige Aspekte sind auch richtig, dass man sagt, okay, da haben sie Recht, aber da haben sie Unrecht. Und hören wir Lösungsansätze von beiden Seiten und nicht nur Empörung schüren und immer Menschen abstempeln als Rechts- oder als Querdenker oder als Verschwörungstheoretiker, dass wir die Debatte entwaffnen. Unsere Debatte ist mit vielen Minenfeldern belegt und wir brauchen offen über alles reden und wir brauchen vor allem auch als Individuen und nicht als Vertreter von Gruppen sprechen. Das heißt eben auch offen sein für Kritik, auch von medialer Seite haben Sie das gesagt. Wir haben uns gerade auch darüber unterhalten, dass ja beispielsweise anfangs viele Menschen in einen Topf geworfen wurden, wo man dann Querdenker und Extremisten zusammengeworfen hat und dass dieser schöne Begriff eigentlich des Querdenkens, der eigentlich für etwas Gutes steht, genau für einen Perspektivwechsel, jetzt so eine schlechte Wendung bekommen hat. Wie kann man da weiter vorgehen? Sie nehmen dieses Beispiel, Geschehen in den USA, dass Tabuisierung von Kritik an Minderheiten in Medien und an den Universitäten den Rassismus nicht beseitigen konnte. Vor diesem Problem stehen wir jetzt aktuell ja auch. Ja, und das hat das Problem nicht nur gelöst, nicht gelöst, sondern auch eigentlich verschlimmert, dass wir in Amerika jetzt eine große Spaltung haben und genau all das, was wir aus Amerika kennen, kommt nach Deutschland und vermehrt sich in den Medien und in der Politik und an Universitäten und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Wir stehen vor wirklichen Herausforderungen in der Zukunft und wir können nicht immer alles ideologisch in diesen Graben kämpfen, rechts und links, alles in den Sand verfallen lassen, sondern wir müssen das perspektivisch lösungsorientiert. Wir haben ein Problem im Rassismus. Ich habe versucht, am Ende des Buches klare Lösungsansätze und wir müssen nicht ständig über konstruierte Aspekte sprechen oder Probleme wie Sprache oder darf ich Zugeuner-Sauce sagen oder nicht. Nein, dass die Sprache, die Haltung verändert die Sprache und nicht die Sprache verändert die Haltung. Da müssen wir warten, bis eine tolerantere Sprache sich entwickelt hat. Wir haben von Goethe sehr viel übernommen. Goethe hat den schwäbischen Gruß zum Beispiel verewigt. Sie wollen ihn jetzt nicht nennen. Ich will das nicht nennen. Ich glaube, einmal darf man Leck mich am Arsch auch sagen, oder? Man darf das schon sagen. Natürlich sage ich auch sehr oft. Also. Ja, und das ist jetzt weder unhöflich noch schlimm. Es hat überlebt einfach, das ist sprachevolutionär. Also das ist die Evolution der Sprache. Es bleibt das, was wirklich Gehalt hat, was mit der Kultur verbunden hat. Wenn wir eine künstliche Sprache, Geflüchtete und Menschen mit internationalen, Geschichte und wir dürfen nicht mehr Ausländer sagen, Flüchtlinge nicht mehr sagen, dann verabschieden wir uns von vielen Menschen, die dieser Sprache alles gekünstelt ist. Diese Sprache muss aus ihnen heraus, aus der Kultur heraus sich normal entwickeln. Und ich wünsche mir natürlich eine respektvolle Sprache, aber nicht eine gekünstelte Sprache, die von oben aufgesetzt wird. Wir wollen über Beispiele sprechen, wo man zur Diskussion bereit ist. Wenn wir jetzt gucken, vergangene Woche auf die Bundespressekonferenz, da saß ein Intensivpfleger mit dabei, Riccardo Lange. Wie haben Sie das erlebt? Ich fand das sehr erfrischend, dass auch so kritische Stimme aus der Praxis kommt, eigentlich in der Politik vorführt, was wirklich falsch läuft, nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Ich hätte mir andere Gesichtszüge bei Herrn Spahn erwünscht, dass er diese Kritik umarmt und nicht irgendwie so beleidigend. Also seine Gesichtszüge eigentlich waren nicht ermutigend. Ich wäre als Minister sehr froh, wenn jemand aus der Praxis mir sagt, was schief läuft und was wir machen können. Und da sage ich sofort, natürlich, dann können wir darauf aufbauen. Aber da sieht man schon, dass man in der Politik nicht gewohnt ist, wirklich diese Kritik zu empfangen. Es hieß dann, dass Riccardo Lange, Minister Jens Spahn, schon im Vorfeld mehrfach eingeladen habe, auch einfach einen Tag mal auf der Intensivstation zu verbringen. Natürlich ist das schwierig im Alltag eines Ministers, aber vielleicht müsste sich da auch eine Bereitschaft finden, um überhaupt Probleme erst mal wahrnehmen zu können. Wie kann man sich dem nähern? Leider funktioniert unsere Politik nach dem Schema, was man weiß, was man hat, das hat man schon. Und was der Bauer nicht kennt, ist der Bauer nicht. Deutschland ist leider eine risikolose Gesellschaft, wo man immer auf Sicht fahren wollte, keine Visionen für die Zukunft hat. Und das hat uns eine Riesenbürokratie gebracht. Und wenn jemand kommt mit einem innovativen Ansatz, da wird sein Ansatz erst mal unter den Teppich gekehrt, weil das verlangt eigentlich eine Systemänderung und dazu ist niemand bereit. Genau so ist es auch in der Rassismusdebatte. Man fährt genau die gleiche Schiene, man lädt ein paar vermeintliche Opfer, hört, was sie sagen, vielleicht gibt ihnen Fördergelder und denkt, dass man damit den Rassismus bekämpft. Dabei befördert man nur die Opferhaltung, die noch mehr Rassismus eigentlich hervorbringt. Viele innovative Unternehmer würden Ihnen an dieser Stelle vermutlich auch widersprechen. Aber wenn wir schauen auf die Lösungen, wie können wir uns weiter dieser Problematik stellen? Es gibt ja auch viel Kritik. Deutschland habe den Anschluss in der Digitalisierung verpasst und deswegen hätten wir das Problem jetzt. Ist es allein die Digitalisierung? Nein, die Digitalisierung und der Rückschlag bei der Digitalisierung ist Teil eines mentalen Problems. Deutschland ist immer noch analog im Denken. Es gibt auch einen Teil, das muss man auch ehrlich sagen, untertanen Mentalität. Wutbürger, die sich nicht engagieren, die nur da warten, alle vier Jahre erscheinen sie, um nur politische Mehrheiten zu sichern bei den Wahlen oder Wutbürger, die nur einfach ihr Wut auf der Straße bringen, aber nicht Teil einer Debatte werden wollen und mitdiskutieren wollen. Und es gibt eine Maxima bei der Politik. Wir müssen unterscheiden. Sie haben über innovativen Unternehmen gesprochen. Da mache ich mir keine Sorgen. Da ist die Wirtschaft in Deutschland immer noch in Ordnung. Aber in der Politik ist diese Innovation nicht so sehr. Ich glaube, keine große deutsche Firma wird einen Parteichef aus Deutschland irgendwie als Chef engagieren, weil sie aus ihren Begriffen von gestern sind. Wobei es ja auch Gegenbeispiele durchaus gibt. Wenn man jetzt auf Städte guckt, die Modellprojekte gestartet haben, da sieht man dann das bürgerschaftliche Engagement. Da sieht man Notfallmediziner, die sich hinstellen und bereit sind, Tests zu machen und sich zu engagieren. Bürgermeister, die vielleicht in Vorleistung gehen. Also all das ist durchaus vorhanden. Das ist meine Hoffnung für Deutschland. Genau auf dieser lokalen Ebene. Also ich kenne auch viele Bürgermeister. Ich finde auch Herr Palmer zum Beispiel hervorragend. Anders als Mainstream. Und ich kenne viele Bürger, die sich engagieren. Wenn ich am Bahnhof von Leutkirchen zum Beispiel denke, da wo die Bürger selbst eine Initiative zustande gebracht haben. Das ist die Hoffnung für Deutschland. Der wachsame Bürger, der engagiert ist, der gerne diskutiert, der interessiert ist. Und wir haben von dieser Sorte leider nicht mehr zu viele. Wir haben immer mehr Menschen, die sich zurückziehen. Natürlich aus Angst, dass sie mit der Nazikeule konfrontiert werden. Oder aus Bequemlichkeit. Manche vielleicht aus Wohlstandsverwahrlosung. Dass man sich auf konstruierten Problemen konzentriert, wie Gender und Sprache und so weiter. Und nicht auf die Sache konzentriert. Wir wollen zusammenleben. Deshalb müssen wir einen gemeinsamen Weg finden. Jetzt wollten wir darüber sprechen, dass jeder bei sich selbst anfangen muss. Erst mal zu schauen, da wir sowohl rassistische als auch sexistische Tendenzen alle in uns haben. Und wir wollten darüber sprechen, wie sich Menschen wieder für Politik begeistern können. Wo sind Ihre Ansätze? Erstens, wir kritisieren Politiker. Und das müssen wir immer machen. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass das sich zu einer Art Politik-Bashing entwickelt. Und dann ziehen wir uns wieder zurück und lehnen uns dann. Dann ist es nur Beförderung von Wut und Empörung. Und dann kommt es nicht zu lösen. Ich will junge Menschen ermutigen, die klug sind, sich für die Politik zu interessieren. Die Politiker machen einen sehr, sehr schweren Job. Sie kriegen kaum Lob für wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Meistens sind sie geistig und wissenschaftlich und menschlich nicht so die Hellsten und die Besten. Aber sie sind nun mal Menschen, die jetzt nach vorne sich gekämpft haben, wie Frau Merkel. Und es hilft wenig, wenn wir nur kritisieren. Wir brauchen auch kluge Menschen, die in die Wirtschaft gehen, aber auch kluge Menschen, die in die Politik gehen, Bürger, die sich engagieren. Es gibt in Deutschland zwei Tendenzen. Eine Tendenz ist unerfreulich, untertanen Mentalität und nur Wut und Hass. Und erfreulich viele engagierte Bürger, die auch in ihren Kommunen großartige Sachen organisieren. Und wenn diese Leute auch sich nach vorne erarbeiten und auch in die Politik gehen, dann hilft das wunderbar. Es sind ganz, ganz viele Reaktionen heute Vormittag angekommen von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Wir konnten ganz vieles nur mal kurz anschauen. Eine kurze Frage noch, die aber immer wieder auch auftaucht, nämlich von SW1-Hörer Ralf. Was halten Sie von der Aussage, der Islam gehört zu Deutschland? Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist meine Haltung und sie bleibt auch. Es ist nicht die Aufgabe der Politik, eine ganze Religion einzubürgern. Die Politik ist für die Menschen da. Muslime, die gesetztreu sind, sind Teil von Deutschland. Muslime, die sich mit Deutschland identifizieren, sind ein Teil von Deutschland. Aber der Islam sah sich immer eigentlich als Antithese zum Westen und zu der westlichen Demokratie und zu der westlichen Freiheit. Man braucht im Islam noch Aufklärung. Trennung von Religion und Staat, das ist noch nicht vorhanden. Trennung von Scharia und von Dschihad, das ist noch nicht vorhanden. Und erst wenn der Islam sich von diesen Sachen getrennt hat, dann kann er vielleicht. Und wir müssen auch aufhören, auf Menschen alles kollektiv zu blicken. Die Muslime gibt es nicht. Es gibt Individuen und wir müssen mit ihnen als Individuen umgehen. Und sonst sind wir wieder rassistisch. Sie haben sich für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden. Was war das für ein Prozess? Was mussten Sie aus der Heimat vielleicht ablegen? Ich musste alle Aspekte aus meiner Kultur ablegen, die sich gegen die Freiheit wenden oder richten. Ich wollte deutsche Staatsbürger und ich wollte damit erstens Verantwortung für die deutsche Geschichte mittragen und die erste Schlussfolgerung aus der deutschen Geschichte, nie wieder Unfreiheit, nie wieder Bevormundung, nie wieder Personenkult. Und ich musste mich genau auch aus diesen faschistoiden Zügen meiner Kultur trennen, um deutsche Staatsbürger zu werden. Jetzt brauchen Sie Personenschutz. Sie haben es zu Beginn der Sendung mal gesagt, ganz ähnlich, so wie auch die Kanzlerin geschützt ist. Angenommen, Sie wären einen Tag Kanzler in Deutschland. Drei kurze Thesen. Was würden Sie versuchen anzugehen? Ich würde erst mal das Thema Bildung ansprechen. Das ist für mich das zentrale Thema. Kinder lernen nicht viel Informationen, aber nicht Lebenserfahrung. Und sie lernen nicht wirklich, wie sie mit Problemen umzugehen und mit Gefühlen, das fehlt. Zweites Thema ist Migration. Da würde ich einen ganz anderen Kurs gehen als Frau Merkel, ganz sicherlich. Deutschland braucht Migration, aber wir brauchen nicht diese Vermischung von Migration und Flüchtlingspolitik. Und auch in der Flüchtlingspolitik ist sehr viel Korrektur angesagt. Und das Thema Digitalisierung und Öffnung für ein modernes Leben, Bürokratieabbau, da gibt es so viele Sachen, die man hätte anfangen können. Aber es lässt sich leicht reden in der Umsetzung natürlich. Da muss man eigentlich das gesamte System umkrempeln und davor haben viele Politiker Angst. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWNs Leute. Danke Ihnen. Vielen Dank.